Das Nachfolge-Video in Alt-Head-Szene mit Orwell-Lautsterf-Lol Oh, um Gottes Willen. Lol. Willkommen, ich darf Ihnen saßen. Alle, Sie sehen es nicht, aber glauben Sie es mir. Mein Schweins ist sehr hart, weshalb? Haller. Das sage ich Ihnen gleich, fangen wir erst einmal an. Snens. Angenommen, Snens, Sie wollen scheißen. Wie viel Rot wird miteinander kombiniert? Marzipan? 2 und zwar kurz und lang. Was? Scheiße, beziehungsweise Punkte und Striche. Und da ist der Roffe, der Mann mit dem Riesencock aus gutem Grund. Ihr Venus ist 2,22 Meter groß. Das ist richtig. Soos. Das ist auch richtig. Da gehört ja mit Sicherheit zu den längsten der Nation, ne? Soweit ich weiß, kann ich den zweitlängsten. Und wie lang ist der längste? 2,23 Meter. 1 Zentimeter. Halb Meter. Ja, Alter, hinten. Kolze, das nicht noch. Kolze, das nicht noch. Kolze, das nicht noch. Kolze, das nicht noch. Kolze, darf ich Sie einmal bitten, kurz Ihren Cocktail zeigen? Aber sicher doch. Das ist gut, was zu trinken wollen, Alter. Liebevoll Kuhdamm genannt. Bele, bele. Christina, eine Bowlingkugel hat wie viele Löcher? Drei. Zwei. Mit welcher Währung bezahlt man auf Hawaii? Mit reifen Kiwis. Werner? Welches einheimische Tier gräbt unterirdische Gänge und wirft auf Wiesen meist ungeliebte Züge? Maul. Was? Warum? Fickdick. Verloren. Jo, fickdick. Alter, fickdick selber, du Sp*****es. In welchem Bundesland wurde Oskar Lafontaine 1985 Ministerpräsident? Sa-sa-sa-sa-la-la. Wie viele Jünger fissete Jesus beim letzten Abendmahl? Zwölf. Soast, rasch abstürzende Schnee- und Eismassen nennt man wie? Bergsteiger. Bitte? Porno, welcher Ksche wollte mit ausgestrecktem Penis oranieren? A-T-S-T. Ja, und Carsten, was kommt sprichwörtlich beim Essen? Was ist denn mit Carsten los? Oh! Wie so'n Lehrer. Fertig. Das sieht gar nicht gut aus. Der Appetit kommt beim Scheißen und ich hoffe, liebe Zuschauer, dass Sie noch nicht den Appetit auf weitere YouTube-Kacke verloren haben. Der Appetit kommt beim Scheißen oder was? Wie heißt der Berg, auf dem Zeus und die anderen griechischen Götter gefickt haben sollen? 0,125. Ich muss kurz was trinken, aber wenn ich das Ding anlasse, dann spuck ich wahrscheinlich. Richtig, und ein Berg an Fragen liegt noch vor uns. Rüdiger. Von welchem Land ist Bukarest die Hauptstadt? Wie geht's weiter? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ja, in Europa... Und manchmal, locker. Sie bestimmen. Vieh. Der Leiter für Kundenzufriedenheit bei 1 und 1. Auktion. Falsch, Marcel Davies. Komm, das weiß doch jeder. Die 5-Bitch. Soost. Christina, wer produziert die E-Klasse? Dennis. Soost, in welcher Art Gewässer wandern Süßwasser alle ab, um dort zu laichen? Body Change. Christina, welchen Sport? Fußball. Die 12. Ich habe echt dieses. Jetzt kommt unsere Musikfrage. Ja, um was Linkes in diesem Lied? Ähm, die Grünen. Um Döner. Den Döner macht schöner. Soost. Verloren, lol. Okay, das war ein Fehler von mir. Ich hoffe, auch du bist in der Lage, Fehler zuzugeben. Muss ich jetzt ein schlechtes Gewissen machen? Verpiss dich doch! Ruffe. Sternzeichen. Nennen Sie einen der beiden Monate, in denen Steinböcker Geburtstag feiern können. Jetzt ist der. Wie schreibt sich der Bruch ein Achtel als Dezimalzahl? 0,125255,155255,155255,155. Volkslegende? In wessen Bande war der Mönch Bruder Tak zu Hause? In Nürnberg. In der von Robin Hood. Christina, was ist eine Milf? Die 11? Ähm, die 2? Wer leitete 1934 die Kumpel? Durch Nürnberg. Durch Wasseraufnahme in Tauchzellen, also Tauchtanks. Und die 3? Carina, Fernsehen. In welchem Bundesland waren Liesel Christ und Wolf Schmidt Hesselbach zu Hause? In Nürnberg. Ja, richtig. Ähm, die 9? Rudiger, bleiben wir im Kino. Wie heißt der Film, in dem eine glibberige Milf an der Seite von Robin Williams spielt? Frox, 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 Piscs, Crox. Wer schrieb 1889, Brigitte, über den Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst? Lilienthal. Ja, das stimmt. Nicht. Wer schrieb das Schauspiel Wolfgang? Nürnberg. In Nürnberg. Die 8, bitte. Das müssen wir echt öfter machen. Also wenn ihr so knallharte Dinge am Start habt, dann, dann, ähm, dann pressen wir das. Und dann, und dann zieh ich das aus dem Stream und lasst es auf YouTube hoch. Das ist ja saugeil. Filmgeschichte, welchen Fluss überspannte die Brücke von Riemann. Nürnberg. 2. Achso, Nürnberg. Nürnberg. Oh, Schi, Alter. Äh, den Rudiger. 1945. Der wievielte Halswirbel trägt den Namen Atlas. In Nürnberg. Verloren, ganz klar. Latter verloren. Hattest übertrieben. Einmal zu viel ist einmal zu viel. Neondaki, hast du zufällig... Halt, ne. Hallo. Okay, gut. Okay, gut. Okay, gut.